Richard Bracke ist ein britisch-US-amerikanischer Schauspieler. Leben Richard Bracke wuchs in den Vereinigten Staaten, unter anderem in North Carolina, Connecticut und Ohio, auf. Er absolvierte die Western Reserve Academy in Hudson. Als Schauspieler hatte er bisher Rollen in zahlreichen Produktionen, einschließlich Blockbustern wie unterwegs nach Cold Mountain und München. 2005 spielte er in Batman Begins die Rolle des Joe Chill, den Mörder von Bruce Waynes Eltern. 2005 war er in dem Film Doom an der Seite von Kyle Urban und Devane Johnson als Soldat Dean Portman zu sehen. In dem Musikvideo Knights of Cydonia der Bandmuse trat er als schurkischer Western-Sheriff auf. Zudem übernahm er auch Rollen in den Filmen The Black Dahlia und Hannibal Rising – Wie alles begann. Seit 2007 war er verstärkt in Horrorfilmen zu sehen, wie Outpost, Zum Kämpfen geboren und Rob Zombies Halloween 2, einem Remake des Originalfilms von 1978. Auch in Fernsehserien spielte Bracke regelmäßig mit wie britische Produktion von BBC und ITV oder den US-Serien Cold Case und Navy Cis. L.R. Filmografie 1995 1995 Death Machine 1996 Virtual Terror 1996 Subterfuge 1997 Deus Volt 2003 Unterwegs nach Cold Mountain 2005 Soul Seager 2005 Juiced 2005 Batman Begins 2005 Doom 2005 München 2006 The Black Dahlia 2007 Hannibal Rising – Wie alles begann. 2007 The Tone to Woman 2008 Outpost – Zum Kämpfen geboren. 2009 Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen. 2009 Halloween 2 2009 Navy Cis L.R. 2011 Wasser für die Elefanten 2011 The Incident 2013 Tor – The Dark Kingdom 2013 Mob City 2014 Set Fire to All Stars 2014 Kingsman – The Secret Service Game of Thrones 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 Game of Thrones